Einen wunderschönen guten Morgen. Nach der Beta ist gewöhnlich, vor der Beta. In diesem Moment, da ist mein Gerätefuhrpark jedoch erst einmal raus. Raus aus der Vorab-Software und zurück auf den offiziellen Release-Versionen von iOS und von iPadOS. Und wie meine Home-Bildschirme damit aussehen, das habe ich in dieser Woche einmal dokumentiert.